Moin Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge hier bei Let's Play Landwirtschaftssimulator 15. Und wir machen weiter mit unserer Strohballenernte, Allgemeinernte, Getreide und so weiter und so fort. Ja, alles ein bisschen stressig gerade, aber naja, ist ja kein Ponyhof hier, sondern ein Bauernhof. So, und da ist eine schöne Spur, die auf uns wartet. Juhu. So, das war die eine Hälfte. Den Rest machen wir später. So, und dann können wir mal gucken, wie viele Ballen wir hier fertig kriegen. So, bei 30% waren wir, glaube ich. Das hier ist nämlich schon so eine ganz gute Spur. Na, so schnell geht's doch nicht, wie ich dachte. Erster Ballen. Boah, und ey, die Grafik, ey, ich muss die echt hochstellen. Bei der nächsten Aufnahme mach ich das direkt. Kannst du echt nicht mit angucken, so, ne? Wenn das da nach 20 Metern unscharf wird. Das wird mir jetzt gerade erst so richtig auffällig. Das habe ich aber nicht mitgezählt. Ich schätze mal drei Ballen oder so pro Linie. Das macht schon einiges aus. So, wie sieht's hier aus? 89. Na gut. So, hier können wir nochmal messen. Weil der gerade fertig geworden ist. So, da wird nämlich gleich der erste Ballen fertig. Ich schiebe hier nur mal ganz kurz den Anhänger unter den Mähdrescher. Ja, eineinhalb, also es täuscht. Das wird nicht ganz so schnell voll wie bei Heu, finde ich. So, zweiter Ballen. Und ein bisschen. Also, wenn man die paar Prozent am Anfang noch dazu zählt, dann haben wir hier so zweieinhalb Ballen pro Linie. Bei vier Linien zehn Ballen. Und wie viele Linien kriegen wir hier raus? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Haben wir jetzt schon. Das wären ein paar Ballen. Also, ich würde sagen, Einstreuprobleme werden wir erstmal nicht mehr haben. Deswegen können wir auch völlig ohne schlechtes Gewissen dann... So, eine kurze Pause. So, weiter geht's. Ja, wo waren wir? Ich habe mich, glaube ich, gefreut, dass wir so unendlich viel Stroh haben werden. Also, damit steigt natürlich auch das Niveau. Und, naja. Ich mache die Linie hier eben nochmal ganz kurz fertig. Und dann muss ich mal kurz switchen, dass wir die Spur fertig freimachen. Damit da der Ding ins Land kann. Ach, der ist da hinten erst. Wie viel Prozent? 47. Ja, ich merke schon, das Ballen einsammeln dann später, das wird ein bisschen länger dauern. Aber das ist ja alles kein Problem. Wir haben ja Zeit. Ich will mir jetzt hier auch, weil ich gesagt hatte, mal 100 Folgen und dann wechseln wir. Da mache ich mir jetzt auch überhaupt keinen Stress. Also, wir machen hier erst Feierabend, wenn das hier durchgekaut ist. Ich informiere mich dann nochmal über die andere Karte. Und wenn es da wirklich nur Landwirtschaft gibt, dann überlege ich mir das nochmal. Weil ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr auf Landwirtschaft spezialisiert. Und gar nicht mehr auf Forstwirtschaft. Und Forstwirtschaft ist halt auch ein Part. Es ist ja nicht ohne Grund integriert hier in dieses Spiel. Und dem wollen wir uns dann ja auch noch widmen. Also, ausreichend widmen. Deswegen haben wir ja auch in letzter Zeit hier in den letzten Folgen viel, viel verkauft. Damit wir dann bei 319.000 uns den Scorpion King leisten können. Aber ich weiß jetzt nicht, weil es ja jetzt hier morgen, in diesem Spiel morgen regnen soll. Deswegen mache ich jetzt erstmal bevorzugt hier das Stroh weg. Weil ansonsten, zumindest im richtigen Leben, könnten wir es dann wegwerfen, wenn es nass geworden ist. So, geil. Der hält direkt neben dem Trecker an. Das gefällt mir. So, dann kämpfen wir uns hier über das Monsterfeld. Durch das Monsterfeld. Durch das Monsterfeld. Das Monsterfeld. Jetzt aber ich werde sein, würd ich sonst genes tolerieren. Durch das Monsterfeld. Durch das Monsterfeld. mach Und ich glaube, bisher haben wir fast alles mitbekommen von dem Stroh. Ja, jetzt wäre es hier an dieser Stelle wäre es natürlich geil, wenn man halt wirklich... Ist das euer Ernst? Ist der da echt noch so einen Tick vorgekommen? So, an so einer Stelle ist es natürlich geil, wenn man das mit mehreren spielt. Dann kann der eine nämlich schon mal anfangen, die Strohballen einzusammeln. Und ein anderer könnte dann theoretisch sogar schon hier mit dem Neu-Aussehen und Grubbern und alles. Auch wenn ich hier, glaube ich... Ja, also ich werde hier als nächstes dann Rasenfläche machen. Ich hoffe, wir kommen da an dem Traktor vom Boy, der da so doof steht. Und welcher Idiot hat den da so geparkt, bitte? Ja, wunderbar. Wissen wir schon mal, die nächste Spur links ist verboten. Das Gute ist, von hier ist es auch ganz schön weit runter zum Bauernhof, also zum Kuhstall. Aber geht schon. Weil da werden wir doch die eine oder andere Tour dann machen müssen. So, da sind jetzt ein paar Fitzel liegen geblieben, aber das interessiert mich nicht, die Bohne. So, der Mähdrescher, bewegt er sich oder ist der schon wieder voll? Ne, der bewegt sich, ne? Der kann eigentlich noch nicht wieder voll sein. Ja, der bewegt sich noch, sehr gut. Und so langsam holen wir die auch ein, ne? Also so viele Spuren liegen hier nicht mehr. Und wenn wir das geschafft haben, dann holen wir den Strohwagen und danach, das Verkaufen machen wir erst danach dann wieder weiter. Das hat ja Zeit. Ich weiß jetzt nicht, welche Spur ich am besten nehme. Ja, so Fitzelchen, die liegen bleiben. Oh ja, hier müssen wir aufpassen. Ja, da fahren wir dann am Ende natürlich nochmal rüber, wenn das sich lohnt. Scheiße. Ich habe jetzt eine hohe Spur gewählt, aber der Mähdrescher dürfte auch gleich wieder voll sein, ne? Ja, perfekt. So, und dann will ich hier nochmal ganz kurz gucken, gibt es hier irgendwas Neues? Ja, Wahnsinn. Gar nichts. Ja, das mag ich, also finde ich schon genial. Dass man hier beim Pressen, beim Strohpressen und beim Heupressen, dass man hier so ein Tempo vorlegen kann. Also wenn das jetzt auch in Schrittgeschwindigkeit wäre, ohne Helfer, dann fände ich das echt bescheiden. Aber so geht das echt super. Genauso wie mit dem Ballensammelwagen, das ist dann ja auch echt praktisch. Da ist er halt auch ziemlich schnell. Und so geht das. Da ist es. Da ist Untertitelung des ZDF, 2020 So, und ich würde sagen, wir können hier auch an dieser Stelle nochmal ein ganz kurzes Päuschen machen. Nächste Folge geht es hier weiter. Ich sage danke fürs Zuschauen, Leute. Und wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch da lassen. Würde mich wirklich sehr freuen. Und bis zur nächsten Folge. Tschüssi. Vielen Dank.